Und der kommt zurück. Arc Extinction geht weiter. Und ich lasse euch drei Sekunden, nein, ich gebe euch zehn Sekunden. Wer sieht Akuma? Sie springt. Ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, pass auf, ich drehe mich mal hin und zeige mal, wo sie ist. Pass auf, wir machen das mal so. Eine Sekunde, so. Jetzt drehe ich mich mit so. Und jetzt, meine Nasenspitze zeigt die Akuma. Genau, seht ihr, sie springt? Genau auf meiner Nase springt sie. Da hinten. Das sieht mal lustig aus, ich muss gar nicht ein Foto von machen, auch wenn man es auf dem Foto niemals sehen würde. Da springt sie, da hinten. Und Stone kuschelt immer noch mit irgendwelchen T-Rexen, glaube ich, oder? Ich gehe den jetzt töten. Du tötest T-Rexe? Komm doch lieber zu uns, wir machen mal was, was, was sinnvolles. Okay, okay. Ich hätte jetzt einfach T-Rex getötet, aber hätte ich es zwar auch geschafft, aber wenn Dex das möchte, dann lasse ich das halt sein. Also ich meine nur, das Grinden für Holz und Stein, für die ganzen Pfeile, die, dafür könntest du was für die, für die gute dritte Welt tun. Also wir gehen jetzt mal ganz... Dex! Guck mal! Dex, du unterscheidest wieder. So einen Scheiß mache ich. Also das ist das bittere Land. Richtig, du hast es richtig, richtig rausgefunden. Wenn die Akuma weg ist, dann macht sie was? Zähmen! Jetzt ist die Frage. Akuma? Sattel? Hat der noch nicht. Ich bin noch keine 30. Aber guck mal hier, komm mal mit. Akuma, ich habe einen Savertusk gefunden. Ja, habe ich auch schon welche gesehen. Ja, hier, sehe ich vor. Warte, warte, da war er. Wo? Hier kommt doch irgendwas. Ich habe irgendwas... Ach, das ist nicht, aber das wäre ein Stein. Das ist die gleiche Farbe wie ein Stein. Oh, cool. Das ist eine typische Trike-Zähmung. Im Kopf, im Stein. Welches Level? 20 leider nur. Aber cool, ist schon fast fertig. Da haben wir schon mal einen Bärenfarmer. Dafür war er gedacht. Ein Bärenfarmer. Ja. Das ist ja schön. Warum geht der Petri so ab? Weil der Petri... Der hat gerade fliegt. Der fliegt hier so schnell. Nö. Wie kannst du noch mal? So schnell. Findest du? Guck mal, jetzt fliegt er noch mal. Kommt auf uns zu. Hast du eine Bohler? Ja. Bohler den jetzt. Schnell. Ja, ich habe keine Pfeile. Ich kann nicht helfen. Ich auch nicht. Ich habe auch keine mehr. Na toll. Komm, wir boxen ihn wieder. Er ist echt gut. Ja, wir haben ihn niedergeboxt. Ja, wir haben ihn gleich in der Tasche. Wir haben Level 16. Ist egal. Saubär. Wir haben ihn. Komm, stell dich mal hier hin. Wir müssen mal zeigen, wie... Jetzt muss ich doch. Komm her. Der Trike ist fertig. Na komm, Kleines. Probier es mal. Der tut sich... Der Stempel, der hört sich aber ziemlich so an sowas. Au, 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 au. Oh, weiss. Ey, weißt du mal, ich muss mal kurz was trinken. Lex, was helst du eigentlich davon? Weil, anguck mal, die kann ich auch nicht. Das war gleich mal, also eine Todtour machen. Bisschen durch die Spon-Punkte. Machen wir mal. Finde ich auch eine gute Idee. Komm, dre ich mal um. Wir machen mal. Wir... Du kennst doch Fotos. Ich muss die Fotos doch machen. Geht nicht ohne. So. Die Petterane tun. Ja, aber wir haben ihn voll niedergehalten. Der hatte gar keine Chance gehabt. Auch wenn er wegfliegen hätte können, die hätten ja immer runtergeboxt. Gut. Ähm. Ein paar Bären? Vielleicht hier oben an der, äh... Ja, einfach weg hoch. Dann siehst du uns schon. Nein. Ach so, Berg hoch von der Base aus. Ja. Ich bin jetzt genau die andere Seite hingelaufen. Nee, Bären zum, zum, äh, Betäuben. Das meine ich. Äh, ja, guck, ähm, dreht sie hart. Aber ich glaube, ich glaube, wir brauchst... Ey, ich will erst mal gucken, wie viel er plus ein Fleisch kriegt, weil wir haben ja keinen Hammel, geschweige denn... Dingens Bummens. Und die brauchen ja so ewig lange, um zu essen. Ja, aber wir können ihn ja eigentlich liegen lassen. Ist doch Wurst. Nee, die verlieren dazu gut zu viel Torpor, glaube ich. Komm, wir machen mal ganz aus die Schildkröte hier, klar. Die ist Level 126, glaube ich. Auch kein Ding. Mit Pfeilen, die ist so langsam. Guck mal hier, pass auf. Wir machen mal Folgendes. Ähm, pfeifen wir auf Passiv? So. Kommt die? Ja, ja. Jetzt gehen wir mal nach oben. Pass auf. Geht ihr schon mal da oben? Nö. Weiten. Na, ist mir gerade der Bogen kaputt gegangen. Kann ich einen neuen Craften? Ja, cool. Oh, da muss ich reparieren. Naja. Hier kommt immer drauf an, ob man auch die Sachen dabei hat. Ja, wenn du einen bauen kannst, du sie auch reparieren. Nein, hab ich die Sachen dabei hat zum, überhaupt zum Reparieren. Aua, warum weißt du mich denn jetzt? Weil du sagst, das ganze neue Bogen, ne? Lex weiß, was ich denn in Büschen hier bekommen habe. Was denn? Samen? Napo Berry, sag. Ja, 16 Stück. Cool, dann bau die direkt an, damit wir schon ein paar mehr haben. Das ist so bitter, ne? Wir kommen wie flätter. Nein, überhaupt nicht. Das ist viel schön. Ich weiß nicht, wo ich meine holen kann. Oh, toll. Ja, geil. Danke. Sorry, du musst den Bogen reparieren. Ja, ja, kein Problem. Sorry, Leute, ich muss ein paar Fotos machen. Kannst du mal abkratzen, ey? Aber wir haben doch super viel Leben, weiß das nicht? Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Ja, ich gehe mal auf Nahkampf. Gleich ist sie tot. Du tut schon. Gib mir auch noch die Hacke kaputt. Es gibt mir alles kaputt. Okay, ist tot. Hab's ja tot. Hast du reizofällig ein paar Pfeile? Ja. Hast du Stroh? Ja, hab ich auch. Oh, ein paar Pfeile. Junge, ey. Mädel. Ich lauf hier mit 30 Pfeilen rum. Das war die Hälfte von meinen Pfeilen, die ich habe. Ja, ich sag ja, ich lauf hier mit 30 Pfeilen rum und teile die sogar auch brüderlich mit Stone. Ich hab dir bei der 100 geheben, der es gab. Nee, du hast ein Toilet gehabt. Nee, du hast ein Toilet gehabt. Jo, ich hab 100 hergestellt gehabt. Okay. Ähm, Stone wollte es nicht hochkommen zu uns? Wir wollten doch, äh, uns durch die Gegend sterben. Ja, ey. Ja, ähm. Wir müssen aber erst die Klamotten weg tun. Ich bin neben dir. Also, nee. Ja, komm mal hier. Wir müssen die Klamotten weglegen und dann einfach so. Ja, wir können aber auch laufen, oder? Ja, aber dann verlieren wir unsere Klamotten ja, wenn wir durch die Gegend sterben. Wollen wir uns das wirklich antun? Deswegen sag ich, dass wir uns Spawnpunkte tippeln. Das einfach, Klamotten wegtun, sterben und Spawnpunkte, Spawnpunkte. Also, den, den, den Petri, wenn wir den schon einmal niedergeprügelt haben, würde ich dem ganz ehrlich schon wirklich kurz erzählen. Ja, aber guck mal, wie wenig der, der hat einmal jetzt gegessen. Und guck mal, wie wenig Torpor der schon hat. Das schafft der nicht, ohne dass man aufpasst. Ja, da müssen wir eben aufpassen, eben. Bei dem jetzt kurz. Dann machen wir erst den Petri, den machen wir es danach. Ja, es wäre echt eine Schande, den jetzt zu verlieren. Die haben wir uns mit Mühe, die haben wir uns mit Mühe an jeder geküppelt. Ja. Einfach fährst du drauf, immer auf den Schnabel. Du hast nicht ganz zufällig, ähm, Heid in der Tasche, oder? Ähm. Warte mal, hab ich jetzt genommen? Oh, ich gab nur einen Raptor. Ähm, du könntest... Ich hab den Sattel schon gelernt. Okay, haben wir Level 23, ne? Aber mit mir noch 6 Heid. Ich müsste mal gucken. Sekunde, ich bin grad einmal am husten wieder. Diesen Weltmeister. Ja, ich... Ich hab so gerade 6 Heid. Hier. 6. No, die brauch ich. 6 Heid. Wie langsam... Ich find so lustig, wie langsam die Kisten fallen. Ich weiß auch nicht. Das waren die 6 Heid. Das waren 88 Heid. 88, wie das... 88er Karten, der mich getötet hat. Ist, ist, ist. Nein, nicht ich. Dexin, nein? Nein. Hast du gesehen, dass du Level 22 bist? Seit einem Level noch, dann darfst du nicht mehr altern. Ja, dann ist Maximum Level erreicht, ne? Hab ich gerade. Ich weiß nicht, deswegen konntest du auch den Sattel erstellen. Ne, der ist schon vorher. Ne, mit Level 22... Äh, 23. Der Tri-Sattel? Ne, der geht schon mit Level 16. Den Petri-Sattel. Den hab ich noch nicht gelernt. Achso, das ist das, was ich... Du kannst den nämlich erlernen. Den kannst du jetzt erst machen mit Level 23. Petra... 38. Was? Ja, Petra-Nodon-Sattel. 38? Ja. Ja. Was konnte man jetzt mit Level 23 machen? Abtor. PT? Ne, Raptor war vorher. Wenn du PT eingibst, kam da was bei mir. Das konnte man aber nicht lesen, was es war. Wo kommt du dann? Okay. Ja, ne toll. Gibt's übrigens auch. Hab ich noch nicht gesehen. Bei mir... Passiert das auch bei euch auf? Äh, ab und zu, dass es bei euch irgendwie im Hintergrund irgendwelche Sachen plötzlich aufpoppen? Die so Steine einfach so mitten... Blub! Das hab ich aber noch nie gehabt. Also jetzt bei den anderen DLCs oder so. Wir scheinen aber richtig aufgehört haben mit den Prügeln, weil der hat 98,5. Ja, ich glaub, wir haben noch einmal zu viel gehauen. Das war... Wir haben ja auch gehauen. Ne, ne, wir haben richtig gut gehauen. Weil das, glaub ich, hat dadurch das normale Fleisch verloren jetzt, weil es halt normales Fleisch ist. Also wir haben jetzt gerade schon die Hälfte erreicht, also ist eigentlich ganz gut. Ich überlege mir gerade, was ich noch essen kann. So ein Milky Way-Zeugs, wenn ich nicht hab... Egal. Ich geh mal was farmen. Na, du hast den Sandel ja schon. Dafür brauchte ich gerade die Sex-Zeit. Okay. Ich nehm mal ganz kurz den Megalotzeros mit. Komm mal mit. Die Farbe bringe ich's voll schön. Hast du schon Tätschen genannt? Ja, Tätschen. Nee, Tätschen. Ätschen. Warte mal, komm mal nochmal zurück. Sex. Da. Was mitnehmen? Ja, die 440 Narkosebären. Ja. Oh, er nimmt einfach alles mit. Ja, ja. Ich hab doch ein Feedings-Throat gebaut. Wie heißt das auf Deutsch? Futtertapf. Futtertruck. Futtertruck? Futtertruck, Futtertapf. Keine Ahnung. Essensdingster halt. Oh, ich würd so gerne den Megalotzeros reiten. Den find ich nämlich so schön. Ich mag den. Oh, Storm baut das Haus ganz komplett aus. Sehr schön. Da siehste. Riechenballatin hier. Hast du noch nicht eingepflanzt, Storm? Le Samen? Wie willst du das ohne Wasser wachen? Hm. sie ist wächst mit spezial wasser wie das eingehen gerade wieder ich habe übrigens 89 nacko nacko bärensamen gefunden du hast ja auch noch auf habe ich gesehen hinteren gefahren 16 stück wir brauchen um den glasdach guck mal was für ein schöner ausblick den du gerade hier einfach so wegnimmst naja ich weiß das ist schon cool wenn du dich hier so hier so hinstellst ziemlich löchrig okay ich komme wieder zurück zum petri zum wolfgang aber es ist eine weibling pipeline statt dass der see keine fische hat er hat fische ja schon drin gesehen hier bei uns ja ich gucke es kann von oben drauf ist nichts also die die lachse aber nicht der obere bei uns der oberer hat keine der unter hat ganz ganz viele ich meine die oberen hier bei uns ja dass der keine kleinen fischchen drin hat das glaube ich war zu seicht ist ich trinke das ganze wasser hier leer aus dem aus dem fluss ich glaube das kann würde ich schon direkt probleme im magen bekommen mit mit dem ganzen drecks zeugs hier an die irgendwie die geräusche von den tapsen der tiere geändert ich habe irgendwie auch dass ein paar geräusche verändert worden sind gefühlt gefühlt weil ich in erinnerung dass wenn du mit dem treceratop gelaufen bist dass das so tapseln anhört sehr seltsam an ja komm wir haben dich schon fast gezähmt ja ich weiß 74 waren es eben wo ich geguckt habe richtig sind doch 74 ja aber das nächste mal essen hast du ja fast ich glaube noch dreimal essen dann ist das hier ja Ende der Ende haben wir wie Dreh dem bin ich hier deckst die leine dann haben wir ich habe gefliegt hört sich total seltsam an ja das trike du dumm ich weiß wo das liegt an dem boden ne du hast schon lange kein Ackmal gespürt nein aber komm Dex du hast dich das nicht angehört oder ja mach erstmal den baum kaputt warum ist ja egal doch sei denn TLC update was er sich sagen hat äh warum liegt da holz warum liegt da stroh oder was ist das was sind das ach guck mal ich habe gehabt das wäre holz guck mal Siehst du den Fleck hier nicht? Diesen vierkriegen, quadratischen Fleck? Nö, bei mir ist alles normal. Achso, du meinst das hier, oder was? Nö, hier ist bei mir so ein kleiner brauner Fleck. Also sie ist aus wie Holz, einfach nur. Der Herr Bodenbelag. Sieht aus wie einfach so ein Brett da rein. Untexturiertes Brett. Nö, also der schützt sich eigentlich ganz normal an. Ja, wir haben übrigens fast tausend von Knarko-Bären drin. Wir müssen alles mitnehmen, was wir von oben bis unten hier, von oben bis zu unten zu unserer Base, alles Holz, alles mitnehmen. Einmal noch essen, dann ist er durch. Ja, das Stück von Track. Was willst du mir eigentlich für einen Namen geben? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist aber kein schöner Name. Ja, der in den Decks hat den Namen entschieden. Horny. Horny? Das ist ein Weibchen. Ich setze mich mal drauf. Ich reite mal an Horny-Weiblichen Traceratops. Das ist gut, gefällt mir. Doch, das ist ein neues Decks. Ja. Übrigens, Horny... Mal gucken. Das ist eine Frage für unsere Zuschauer. Es sind vielleicht die älteren Zuschauer, aber vielleicht gibt es ja auch die Jüngeren, die es noch kennen. Welcher... Welche... Oh, sorry. Welche Figur... Hast du denn jetzt echt so genannt? Ja, Horny ist er. Welche Figur... Bei welchem Strategiespiel... hat immer... den Horny gehabt, der am Ende gelaufen kam? Nichts sagen. Wenn ihr es wisst. Ich will das mal gucken, ob es die Zuschauer wissen. Strategiespiel... Das sind Tapete, Tapete, Tapete... Auf dem Boden. Nein, die fliegen. Nee, die fliegt. Ja, die fliegen. Level 12, die könnten wir eigentlich auch niederknüppeln. Nee, die sind zu schnell. Die sind echt zu schnell. Wieso, Bowler? Äh, zu schnell und der Sattel... Der Sattel kommt ja noch später. Ja, der kommt gefühlt bei 50 oder so. Guck mal. A-P... 55. Ah, ist er. Juhu, danke. Nee, grinden ist doof. Was ist, was wir hier machen müssen? Guck mal. Äh, Storm, bist du gerade beschäftigt da hinten? Ja. Hm. Nee, was auch rum? Guck mal hier. Äh, guck mal hier. Hier siehst du hier gerade dieses, äh... Dieses Steinplateau hier. Diese Treppe, ne? Ja. Dann nochmal eine. Ja. Und wenn wir hier oben auf dieser Platte... Plattform... Hier. Ja. Wenn ich da aufkommen würde. Ja. Also eine Art, ähm... Eine Treppe nach oben hinbauen würden. Ja, nice. Okay. Wenn ich jetzt da hinten gucke, man könnte eigentlich noch ein paar Meter weiter gehen, dann kommt du da hinten hoch. Ja. Glaub ich, oder? Komm... Oh, da ist er. Fertig geht's, Sam's. Entschuldigung fürs Husten. Tappel, tapptippel, tapptippel. Ich will mal ein ganzes Foto von ihr machen, wenn du reitest. Und fliegst. Und beides. Wenn Akuma auf den Horny reitet. Auf der Horny, bitte. Hab ich doch gesagt. Ja? Der, dem Horny. Der, die, das. Das war noch gute Serien, ne? Ach ja. Ich fand das so schön damals. Auch hier, wie heißt der nochmal? Löwenzahn. Dumm. 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 Das ist so cool. Ich fand das so cool. Das sind halt Serien, die heutzutage nicht mehr... Es gibt zwar noch ein paar Ausstrahlung, aber auch relativ selten. Was ich nicht verstehe. Warum wird... Also, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich kann's jetzt nicht sagen. Wird in Deutschland noch Promockel ausgestrahlt? Nein. Nicht, dass ich wüsste, sagen wir mal so. Das ist doch... Das kannst du doch noch jetzt in der Neuzeit zeigen. Okay. So ein Meister Eder, der immer bayerisch spricht. Das ist so ein bisschen hart zu verstehen. Weil der spricht ja fast oberbayerisch. Aber es ist doch total eine schöne Serie gewesen. Die kann man doch jetzt noch zeigen. Okay. Ich glaub, da gab's mal ein Real Life-Dingster-Bumstach, das so längere Zeit lief. Real Life-Serie. Was ist eine Real Life-Serie? Doch, doch, stimmt. Nee, warte mal, ich denke, es ist der Sams-Sims, was auch immer. Oder ich denke, es ist auch ein Sims. Nee, ich denk an Promockel. Ich glaub, es gab mal eine Promockel-Serie in Live. Also, mir fällt nur das Sams ein. Ich würde das Dach jetzt noch nicht da hinsetzen, ganz ehrlich gesagt. Das schräge Dach. Ich würde jetzt hier so eine Dreieckschräge nach oben bauen. Guck mal, wie tief das ist. Und da kommt mich ja mit dem Kopf schon fast gegen. Ja, der Plan. Voll hässlich so. Das hört ja später aus, äh, Klasse. Aber ganz klar noch ein ganzes Schrittchen höher. Guck mal, kannst du hier was oben drauf springen? Hört ihr das eigentlich auch immer im Hintergrund, dass es irgendwie so eine Art Steinverschiebung? Irgendwie so ein... Ich höre das Wasser rauschen. Das ist Wasser rauschen. Der Wasserfall nebenan. Ach ja, jetzt, jetzt, äh... Jetzt höre ich das. Die Steinplattenverschiebung. Wasser. Ich guck mal, was... Was soll ich denn noch craften, Leute? Also erlernen, nicht craften. Äh, vielleicht die Pipelines. Aber Pipelines, wir haben doch Wasser direkt nebenan. Okay, wir... Wie bauen wir denn sonst die flue, blöde Dinger mit Wasser? Ja, dann bauen wir das Ganze nahe ins Wasser. Geht nicht, du musst immer Pipelines haben. Ja, ja, dann musst du... Ja, ich weiß. Aber dann musst du doch keine Pipelines hier rüberlegen. Dann bauen wir das Ganze nahe ins Wasser. Ich hab gesagt, du sollst das hier erlernen. Nee, guck mal. Ja, das kann ich machen. Aber guck mal, ich mach das nämlich hier. Ich hab... Hier, guck mal, hier können wir... Könnte ich doch hier... Genau in die Mitte. Neee. Ich würde es hier hinsetzen. Guck mal, hier so. Hier oben drauf. Guck mal, was hältst du denn hier von? Oh, ist zu weit weg. Ich könnte es auch hier neben setzen. Guck mal, hier so hinsetzen. Ach du, Lex. Du bist der... Oder hier hin. Ich mach grad... Ich muss wieder das Gemüse anpflanzen. Und ganz im Hintergrund hab ich immer die anpflanzen. Psst. Die hatte ich in meiner Baseball Season 3, Dexter. Deswegen warst du da nicht mehr... Ist der Roman, wo ist denn der? Ich bin... Ich bin grad beim Beten. Ich mach grad Unkraut weg. So, ich stelle jetzt fast 200 Narkose her. Ja, stell mal was her. Also... 200 Narkose, ja. Passt. Also, wo sind denn jetzt die Holzsteine? Doch, wir lernen den Scheiß mal. Okay. Alles erlernt. Guck mal in die Smitty. Das hab ich zum Beispiel grad von den Bäumen draußen bei den, äh... In den anderen Gebieten gefunden. Was ist das? Blue Crystallized Sap. Achso, okay. Äh, einfach kristalliertes... Äh, äh... Baumharz. Baumharz, dankeschön. Warum steht das jetzt auf Deutsch da? Auf Englisch? Weil das noch nicht übersetzt worden ist. Hm, weil, 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 weil da mal wieder jemand faul war mit der Übersetzung. Deswegen spielte man das Spiel auch auf Englisch. Ja. Sollte man. Sollte man meinen, dass das die Leute machen. Der grad für jeden eine Spitzhacke und ne, Axt in Eisen her. Dankeschön. Vielen Dank. Für die Blumen. Also das ist kein... Kein, kein Tag-und-Nacht-Zyklus geht, äh, gibt es schon ein bisschen eigenartig, ne? Macht nicht fertig, ne? So richtig. Und ihr beschwertet eben auch schon wieder Nacht. Bei wann wird's da... Also wir hatten ja jetzt bei Aberration genug Nacht gehabt, fand ich. Ja, jetzt könnt ihr... Ich nicht. Ich hab mich nicht beschwert. Lande doch mal, du blödes Vieh. Was ist falsch mit dir, Vogel? Ich kriege die Schokoladentüte hier nicht auf. Dex, wann krieg ich mal Füße, Hände und Köpfe? Scheidung. Ich könnte jetzt eigentlich mal in Leder lernen. Hab ich schon. Hast du schon, dann mach du. Ich hab kein Leder. Ja, ich hab dir so viel Leder. Ich hab 88 Leder gegeben. In der Mitte sind 533 Leder abgemacht. Achso, ich wollt grad sagen, ich hab dir auch so viel Leder gegeben. So, dann... So, dann fäll ich den Baum in der Mitte. Ich fäll dir gleich die Füße, Junge. Ich springe runter ins Wasser und ich bin nicht... Hast du die Beeren... Ups. Hast du die Beeren... Die Samen extra an dem Track gelassen? Ja. Warum? Weil die Samen eigentlich immer gefuttert werden, wenn sie hochlegst. Ja, bei den Abberation-Tieren. Ey, Nacki-Dai. Nicht Nacki-Dai. Und der ist wieder tot. Wer ist tot? Ich hab Ausrüstung, ähm... Nein. Alter, was machst du mit dem armen Tier? Ich hab ihn gelevelt. Okay, das hat sich angehört. Aber was machst du? Hier, Dex. Dankeschön. Wir sind noch in Macher. Merci, das ist gut. Jetzt kann ich eigentlich mal die Lederpeitschen-Zeugs anziehen. Achso, was war eigentlich mit dem Scissor? Scissor. 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 Oh, wie ihr fehlt. Bin bei der Abberation-Gebiet. So, ich mach mal so... Petri, wie sieht's mit dem aus? War der fertig jetzt, oder? Ja. Können wir eigentlich in der nächsten Folge los? So, so, sterbe-Runde, würde ich sagen. Jo, ich bin dabei. Sagen, wann wir die nächste Folge anfangen. Das hält farb mich Holz. Jo. Ich geh nochmal ganz kurz ne Runde mit dem... Mit der Horny. Oh, bei mir sind gerade keine Blätter an den Bäumen. Ja, ja, bei mir auch nicht. Bei mir, ja. Zum Glück hat. Und jetzt sind sie wieder da. Jetzt sind sie wieder weg. Und jetzt sind sie wieder weg. Und jetzt sind sie wieder da. Weißt du, aber wie gehen sie? Du hast dich geklaut. Also, wir haben Herbst. Die fallen, die Blätter. Oh, da ist ein Corrupted Kano. Zwei. Ich kann mich noch daran erinnern. Staffel 1. Wir hatten gerade... Gerade hatten wir ein Petri gezähmt. Alle waren stolz, endlich ein Petri zu haben. Einer hatte sogar einen Shrike. Alle waren wirklich stolz, stolz wie Holz, endlich Tiere gezähmt zu haben. Und auf einmal spawnt genau bei uns im Gebiet ein Alpharaptor. Ey, du kriegst ja im Standard... Im Standardleitung kriegst du keinen Alpharaptor. Du kriegst nicht gekillt. Boah, kannst du vergessen. Und er hat dann natürlich bei uns gewütet. Und du hast dann den Set ins Let's Play schreien gehört, als plötzlich da stand, dass ein Shrike stirbt. Nein! Voll am Reinbrüllen. Mein Shrike! Und dann wurde auch noch sein Grat gezähmter. Oder... Wir waren gerade dabei, den Petri zu zähmten. Der wurde auch noch gefressen. Dann kam um die Ecke noch der Automatis angelaufen mit seinem Shrike. So wie so ein Held runtergelaufen und so. Jetzt war ich denn fertig. Ram, ram. Dann war der auch noch weg. Alle waren am Sternen. Für einen kleinen Raptor, ey. Ja, die Alphars sind... Deswegen wollte ich ja unbedingt die Alphars aussehen. Das sind Lava-Hilge-Mexe. 100, Rundschweiz. Einmal 100 und 1,12. Weck haben. Allerlei. Immer vor, die kommen aus. Da sind unsere Baseball. Ich glaube, wir können umsichtigen für immer. Nein! Wow! Weiß nicht. Fühlen wie... Weil... Spitzhacker und so... Hilft nicht genug. So, ich komme wieder hoch. Habe jetzt ein bisschen noch Holz und ein bisschen... Bärchen gefahren. Ah, du faules, lahmes Vieh. Komm hier. Guck mal, faules, lahmes Vieh. Und friss die Bären, die ich gerade gesammelt habe. Ausdauer kennt das die nicht. Ausdauer kennt die nicht. Solange mich die Narko-Bären frisst auf einmal. Weil er zu viel auf E gedrückt hat. Würde ich niemals machen. Ich... Es gibt Leute, die tun sowas. Aber ich nicht. Du wirst dich denn angesprochen, Dex. Das ist ein bisschen wie ich. Ach, das ist so ein Korruptor. Ah. Also die, die ein bisschen aussehen wie Aberration. Alles klar. Aberration. Äh, eher wenig, ne? Ja, Skin, eher. Sagen wir mal, die ein bisschen unnormal aussehen. Ja, das passt. Eher. Das so kann man uns verständlich. So, Leute. Das war's erstmal für diese Folge. Ja. Mir ist mein Bart gewachsen. Leider hab ich noch keinen, äh, keinen Aphorolog. Der wird jetzt auch noch bald dazukommen. Der kann ich dir schneiden. Das ist schön. Ich hab meine ganzen Skins übrigens komplett verloren. Meine Skins, meine, meine Errungenschaften, alles. Weil ich hab ja ganz arg... Auch die Errungenschaften? Alles ist weg. Alles. Ich kann auch keine, keine, meine, keine, ähm, ähm, Corrupted Skins, äh, anziehen. Ich hab das alles nicht mehr. Alles, Wutsch. Alles Lokalgespräch. Aber die Errungenschaften müssen doch eigentlich da sein. Das ist ja das Team gebunden. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss ich mir mal gucken. Also, ich sag dann aber erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Und, äh, nicht vergessen, da ist so ein kleiner Däumeli. Den sollte man hochdrücken, wenn das Video schön war. Und wenn nicht, trotzdem nach oben drücken. Und, ähm... Die Videobeschreibung aufrufen, weil da ist ein schöner Link drin. Genau. Die könnt ihr die auch mal gucken. Da gibt's nämlich auch einen Link von Stone. Wenn der mal streamt, könnt ihr mal bei dem Stream gucken. Und da gibt's einen Stream von mir. Dann kommt ihr nicht vorbei. Geht ihr trotzdem zum Stone. Und, da gibt's noch einen Link zu G-Portal. Dann geht ihr auch zum Stone. Und dann, sag ich dann mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Beim Stone. Beim Stone. Oh, geil.